Und? Ich finde du warst mega gut, oder Henry? Zu gut! Der Nächste! Kannst du singen? Keine Ahnung! Klavier spielen? Keine Ahnung! Auf ne Trommel hauen? Ein Tambourin schütteln? Mit den Fingern schnippen? Keine Ahnung! Der Nächste! Der Nächste! Kannst du echt auf der spielen? Äh, äh, nein. Aber ich weiß ganz viele interessante Sachen. Der Nächste! Bert, ich hab's dir doch gesagt. Mädchen sind nicht erlaubt. Aha! Da haben wir doch unseren dritten Mann. Also, wenn du in meiner Band mitspielst, dann darfst du Käpt'n Peter der roten Handbande sein. Du meinst sowas wie jemand, der sagen darf, was man macht? Ja! Na ja, so in der Art. Ich bin natürlich noch der Anführer. Mäh, und ich bin der zweite Anführer. Aber du hättest gleich nach uns beiden das sagen. Ui, toll! Ich bin dabei! Aber wir haben keine Zeit mehr zum Üben. Haha! Mach dir darüber keine Sorgen! Killer Boy Rats, ich komme! Also, meine schrecklichen Helden, heute ist der große Tag. Ja, der Tag, an dem wir gewinnen. Und ihr landet auf dem letzten Platz. Ja, auf dem allerletzten. Was ist, wenn sie recht hat? Was ist, wenn wir wirklich die Letzten werden? Ach, bleib locker. Ich hab alles unter Kontrolle. Die Killer Boy Rats Karten gehören schon mir. Schatz, ich bin schon ganz aufgeregt. Noch viel aufgeregter als Peter. Ja, ja, ja. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserem allerersten Schultalent-Wettbewerb. Als erstes sehen wir... Alf! Und er versucht den Schulrekord im Superhandstand zu brechen. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Los! Zeig, was du drauf hast. Acht... Neun... Ah! Ah! Äh, ähm, also... Als nächstes haben wir Gregor mit seinem genialen Gehirn. Äh, stellt mir eine Frage. Ganz egal welche. Und ich kann euch bestimmt die Antwort sagen. Wer hat das Telefon erfunden? Das ist leicht. Alexander Graham Bell. Was ist die Hauptstadt von Portugal? Kinderspiel. Lissabon. Wer hat letzte Woche Linda die Antworten des Mathe-Tests für eine Tüte Süßigkeiten verraten? Ähm... Naja... Also... Ähm... Ich... Ich war das... Au! Das will ich genauer wissen. Haha! Ja nun, so viel zu Gregor und seinem Gehirn. Und ähm, als nächstes sehen wir Laura und ihre Bauchräterpuppe Dummerchen Susi. Tja, ja, 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 ja. Warum kann meine Nase nie aufwärts laufen? Na, weil sie keine Füße hat. Das hätte ich doch sagen sollen. Du hättest sagen müssen. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Hahaha! Haha! Die sind echt gut. Zu gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Publikum wirklich was zu lachen hat. Was hast du denn vor? Sie werden die Bühne gleich etwas überstürzt verlassen. Hahaha! Jetzt sag endlich was, Dummerchen! Ah, 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 ah! Voller Erfolg! Das war wirklich gemein von dir, Henry! Oh je, und jetzt kommt der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben. Ich, ich möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen für Hendrys schreckliche Helden. Zwei, drei, vier. Ah! Henry Schammelt! Geh weg da! Let me be the Lord! Nein, verschwinde! Sie haben ja nur so getan! Uuuuh! Uuuuh! So easy being me! Come on, Henry! Ui, schau mal, eine Waldtaube! Gehen wir, Henry! Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir fünf Cent von deinem Taschengeld ab. Fünf Cent weniger, zehn Cent weniger, fünf Cent Cent weniger, zwanzig Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper-Sapper-Marathon verpassen? Und dafür muss ich den Rapper-Sapper-Marathon verpassen? Henry, Henry, ein Kleiber! Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Ich kann gar nichts sehen! Mh, riecht mal die frische Luft! Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke! Hör sofort auf damit, Henry! Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologie-Unterricht. Genau! Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Äh, nicht, wenn man ihnen was vorsingt. So was hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh! Frere Jacques, Frere Jacques, Dohme, Buu, sing, Peter! Dohme, Buu, Sonne, Limmertine, Sonne, Limmertine. Peter! Komm von dem Wespennest weg! Schon gut, Papa. Ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne, Limmertine. Peter, nicht! Natürlich stechen Sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologie-Unterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es! Genau! Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Seppa sehen. Juhu! Schneller! Das macht Spaß! So gefällst du mir schon besser, Henry. Hoi! Ab zum Teich! Oh! Au! 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 Brennnessel! Au! Na los, du Schlafnütze! Der letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Hahaha! Da ist er! Ich sehe ihn! Ich sehe den Teich! Hier ist eine Abkürzung! Los, kommt! Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frere Jacques, Frere Jacques, Dommelruh, 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 Dommelruh. Ich verpasse Rapper Zappa, wie kriege ich sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, kommt schon! Dommelruh, 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 Dommelruh. Oh, alles klar! Oh, das ist keine Kuh, oder Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh, je! Ach, du Schreck! Na los, Mama! Na los, Papa! Schneller! Schneller! Beeil dich, Papa! Beeil dich! Meine Gummischiefel! Das war klasse! Und der Teich ist gleich da unten! Wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Brrrr! Henry? Laura? Ich bin Gast, also musst du höflich zu mir sein. Ah! Bring mich auf mein Zimmer! Es ist mein Zimmer! Wir hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlst, Laura. Hier ist es zu staubig. Ich bin allergisch gegen Staub. Hatschi! Oh je! Keine Sorge, wir stauben alles ab. Wir tun was? Äh, bei uns zu Hause esse ich immer pünktlich um sechs. Jetzt ist es sechs. Ich hab Hunger. Gut, dann essen wir eben früher. Oh! Puh! Oh, Vorsicht da unten! Oh je! Peter! Die Sachen gehören doch unserem Gast. Du solltest besser aufpassen. Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihm mal rüber. Und den Mais auf einen Extra-Teller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steckt Laura in ein Extra-Zimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch! Henry hat mich getrieben! Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Sei nicht so gemein, Henry. Wenn ich König bin, zeige ich der launischen Laura, wer... wer... der König ist. Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Gute Nacht, Häschen. Gute Nacht, Häschen. Igitt! Ah! Laura! Ah! Tut die weg! Laura war das, Peter. Warum sagst du's nicht Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger. Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie. Das ist ganz unhöflich. Unhöflich? Du bist nur zu feige, du Zwerg. Sie schnüffelt in meinem Zimmer in all meinen Sachen rum. Das ist es! Genau! Ja! Laura ist unser Gast. Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen. Und morgen heißt es, Henry ist wieder da. Hä? Was? Hör auf! Hör sofort damit auf! Oh, um Himmels Willen, Laura, es ist erst 6 Uhr morgens Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf Und ich übe immer vor dem Frühstück Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück Alles klar, Operation Ciao Ciao Laura ist angelaufen Boah, Mädchenzeug in meinem Zimmer Hey, was machst du denn da? Gar nichts, ähm, gar nichts Ich schreibe nur was in mein Tagebuch Tagebuch? Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Tagebuch hast Das ist geheim, das sind meine geheimsten Gedanken Jemand wie du darf das nicht lesen Deshalb hebe ich es in dieser Kiste auf und sperr ab mit diesem Schlüssel Und dort bleibt es auch Jetzt entschuldige mich bitte Ich muss Zähne putzen Das Schachspiel Die Murmeln Hm, die Mundsammlung Was machst du, Henry? Ich überlege nur, was ich will, wenn du weg bist Tut mir echt leid wegen dem goldenen Dingster Wieso? Jeder will doch ein goldenes haben Aber was ist mit dem Fluch? Welcher Fluch? Es stand in allen Zeitungen Jeder, der ein goldenes Dingster besitzt, stirbt einen grausamen Tod Das ist gar nicht wahr Ist es schon Weißt du nicht, was diesem Mädchen passiert ist? Das hat auch ein goldenes Dingster gehabt Und sie ist ins Klo gefallen und ertrunken Und dann war noch dieser Junge Der ist mit seinem goldenen Dingster und seinem Hund spazieren gegangen Und zu vielen in ein Loch aus geschmolzener Lava Und alles nur wegen dem Fluch des goldenen Dingster Oh nein, ich hab ihn gesehen Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht Ah, ich bin verflucht Nein, ich will aber nicht sterben Na ja, wenn du das goldene Dingster einem anderen gibst Geht der Fluch an den über Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt Das war ja Baby leicht Laura ist da, eure edelmütige Majestät Ich kann nicht bis morgen warten Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen Auf der Stelle Peter, ich will ein paar Chips Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade Kommt sofort! Mein großer Bruder ist so mutig Ja, ja, wie du meinst Also, wo ist es? Es, es ist wunderschön Ich will es haben Auf keinen Fall Ein goldenes Dingster ist das Größte Das geb ich doch niemals her Ich geb dir ne Wasserkanone mit zwei Tanks Die 3000? Wenn du willst Brandneu? Noch original verpackt Abgemacht Morgen? In der Schule Wie, du kommst nicht Morgen wird ein sehr guter Tag Oh, schau mal Ist ja Wahnsinn Wo hast du das denn her? Oh, war cool Ich glaub's nicht Ja, wie das war Henry! Du hast mich betroffen Hast du wirklich geglaubt Ich geb ein goldenes Dingster Für die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten Am Montag könnt ihr mir alle Ein Tauschangebot machen Und dann entscheide ich Ob es gut genug ist Keine Ahnung, warum Mama das macht Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren Noch zwei Tage und dann sah nicht ab Henry? Was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry Ich will nicht, dass du stirbst Lass mich in Ruhe Stirb nicht Bitte, bitte Du darfst nicht sterben Peter, was ist denn los? Das goldene Dingster ist verflucht Und Henry hat's genommen Damit ich gerettet bin Aber jetzt muss er sterben Henry, wie kannst du nur So etwas Schreckliches sagen Gib Peter sein Dingster zurück Oder es gibt eine Woche Kein Fernsehen Aber ich brauche es Für meine Versteigerung Henry? Ich will aber ein goldenes Dingster Es ist so easy being me Ich will nie, ich will nicht Ich will nie, ich will nie, ich will Ich will nie, ich ich will Ich will nie, ich will, ich will Das ist so easy Ich will nie, ich will Das ist doch nass unsere Unsere Lieblende Nummer 42 Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwinde, Zwerg! Ich muss mir einen loskaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Äh, dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piraten-Gewinnspiel ist? Ich glaube, in einem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke! Hey, komm zurück! Martin, halt ihn auf! So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich, ich muss doch... Ach, sei nicht so schüchtern. Versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonnenlicht. Äh, ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte einen loskaufen. Hallo! Der Stand ist doch nicht geöffnet. Henry, komm später nochmal. Da ist er. Schnapp ihn dir! Ja, schnell weg hier. Hä? Der Nächste. Schön gerade sitzen. Whee! Tim, der Losverkauf für das Piraten-Gewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück! Platz da! Ich komme! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denk nach. Was würde Rapper Sepa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate dir, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andi. Äh, du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Ah! Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauch ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach. Na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehm die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskel-Martin hat ein Los. Ah! Die 42 ist weg. Muskel-Martin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Äh, keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball. Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killer-Boy-Rats-Poster. Äh, ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich hab ein Schatzkarten-Los und ein Tombula-Los gekauft. Sieh Leinenzwerg. Ich bin grad beschäftigt. Also abgemacht. Toll. Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75. Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück. Ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Naja, du wirst es schon überleben. Ich glaub, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich hab nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaub, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je. Ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du keinen Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allem wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter. Deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Ha, ha, ha. Genial. Süßigkeiten sind ungesund, Henry. Ich hab für den 400 Meter Lauf trainiert und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten. Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch. Wenn man willensstark ist, schon. Was du nicht sagst. Mh, die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker. Oh, saure Fruchtgummibällchen. Die mag ich am liebsten. Mh, magst du ganz sicher keins? Oh, oh. Stellt euch jetzt bitte zum Dreibein-Wettlauf auf. Der Dreibein-Wettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich, ähm, ähm... Laura? Du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch. Der Wettlauf fängt gleich an. Auf die Plätze! Ich bestimme, Henry. Und ich will gewinnen. Also wirst du genau tun, was ich sage. Fertig? Nein, ich will heimgeschickt werden. Also wirst du tun, was ich sage. Ach, meinst du? Ja, mein ich. Wir machen das so! Nein, wir machen das so! So gefällt's mir schon besser. Henry! Hör auf mit dem Quatsch! Henry! Henry! Stopp! Henry! Oh je! Siehst du, Laura, ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht gewinnen. Das reicht! Dieser Wettlauf ist gestrichen! Was? Oh, echt schade! Henry! Du schreckliches Kind! Wenn du meinst, dass ich die nach Hause schicke, hast du dich getäuscht! Du bleibst hier bis zum Schluss! Und die anderen folgen mir! Oh, das wirst du mir noch büßen, Henry! Das ist das Schlechte am Sporttag. Da macht man immer ganz schlimme Sachen. Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze! Fertig! Los! Die Eier sind doch alle hart! Die Eier sind doch alle hart! Die Eier sind doch alle hart! Operation Milchzahn kann losgehen. Henry, was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Hm, verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist es? Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir zwei ganze Euro dagelassen. Was? Zwei Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wolltest nur wissen. Rein hypotaktisch meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach. Und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja bitte, Henry. Das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? Na. Na. Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich habe den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfischung sein? Jetzt habe ich dich, Zahnfee. Mieze? Mieze? Ja! Zahltag! Zwei Euro! Ja! Ich habe die Zahnfee ausgetrickst. Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry! Komm sofort hier runter. Ich komme, Mama! Äh, mit liebem Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry! Ich sage es nicht noch mal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee! Henry! Wieso sind beide Bonbongläser leer? Ähm, Mieze. Böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang. Keine Bonbon. Was? So easy being me. Come on, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Macht er aus der Schulkantine, kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufässt. Oh, Mama! Was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst! Ich lasse mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir! Jetzt nicht mehr! Das ist beschlagnahmt! Sie ist mein Muffin! Ja, ganz genau! Hä? Süßes ist verboten! Oh, das ist echt gemein! Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen! Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag! Gib mir deine Süßigkeiten! Ja! Oh, ist doch nur Plastik! Jetzt habe ich dich! Wenigstens ein Ort, an dem ich vor der miesen Martha sicher bin! Hä? So was! Leckereien? Hat keiner von euch Leckereien dabei? Ha! Wenn du mir nicht sagst, wo Laura ihre Leckereien versteckt hat, dann isst du in der Schulkantine! Alle, Andi, und so viel ich gehört hab, gibt's heute ekligen Eintopf! Äh, in ihren Sacken! Dominika, sei der unter den Tisch geklebt! Henry hat einen Schokoladenkeks in seinem Schokoladenkeks in seinem Schussballschuh! Wenn ihr mir nicht sofort sagt, wo Henry seinen Schokoladenkeks versteckt hat, dann isst ihr alle wieder in der Schulkantine! In so einer Mandarine! Gibt es auf einmal nur noch Verräter? Die Plätzchen kannst du morgen mit in die Schule nehmen, Henry! Wozu denn? Die miese Martha mampft sie mir sowieso weg! Nicht anfassen, sie sind noch heiß! Aha! Extra scharfes Chiligewürz! Extra scharf für unsere Martha! Extra scharf! Aaaaah! Äah! calibration! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Lecker. Ich mag sie scharf. So easy being me. Come on, Henry. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem Tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Hilfe! Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie. Die Tür war offen, also dachten wir, wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Psst, ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine krieg ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder. Oh, äh, danke Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh! Meiner ist der größte! Meiner ist der größte! Meiner ist der größte! Ich stecke fest! Ich stecke noch viel fester als du! Nein! Ich stecke fester! Mama! Mutter! Mama! So! Ach Peter, der ist ja sehr schön! Den hab ich ganz allein gestrickt! Den hab ich extra für mich angefertigt! Mama! Wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen! Äh, das machen wir gleich! Ich wünschte, es wäre schon morgen! Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen! Knappel, du Zwerg! Wenn du nett bist, lass ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen! Nein, danke! Ich krieg meine eigene! Nun, das wollen wir doch erst mal abwarten! Ha, 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 ha... Ha, 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 ha! Das war's für heute. Das ist sicher die galaktische Schleimpistole. Frohe Weihnachten! Achim? Mist! Äh, so ein Glück. Im Gutsein bin ich nämlich richtig gut. Aber für dich ist das bestimmt ein Problem. Ja, das wird mir sicher schwer fallen. Na warte, du mieser, minderwertiger, miserabler, miserabler, mistiger Mutant! Hey, ich schau mir grad Mutanten-Marks an! Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Ähm, Foxtrot? Äh, Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Da-du, 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 da Dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Uh, uh, uh. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Trappe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen. Und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Was? Was? Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Juggi. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? Drei Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein, beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin. Und ich bin drei Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizig. Ab ins Bett. Ich gebe euch fünf Sekunden. Eins, lauf! Zwei, drei, vier, fünf! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich zwei Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's. Peter, ich will nur wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhabe? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ähm, ich glaube, ich bleibe lieber in meinem Zimmer. War klar. Ah! Eine Spinne! Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Das ist es! Genau! So easy being me! Come on, Henry! Mama! Ich kann heute beim Schwimmen nicht mitmachen. Schau! Ich habe eine Eiderbeule am Fuß. Oh! Da ist tatsächlich was. Ich hasse Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf, Bert. Oh! Andi ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, kriege ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitsch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Hm. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert. Du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort! Ehrlich? Hä? Was? Wo denn? Wo denn? Hä? Lasst mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht, vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Hm, könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch. Jetzt ist er auf der Seite. Schnell rüber! Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Oh, wir haben ihn verpasst. Das war ein super Tag. Pitschpatsch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Tod lachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. 5,3. 5,5. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andi. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja. Ein superintelligenter mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher. Also sei vorsichtig. Oh. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad-Kick könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimmt trotzdem drin rum. Hm. Stimmt auch wieder. Das ist ja noch viel mieser als der Wehrwolf. Ich schwär mich ja erst auf. Heute schwimm ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß du hast. Es tut mir leid. Ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden. Denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lebra oder die schwarze Bollenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern. Aber äh, leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatz Badehosen. Nimm die eine. Sowas ziehe ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitsch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich... Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo einer trinkende Angsthase droht. Ja! Ha! 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 Ja! Ha! Ich mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was. Du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was er best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar, wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt 10 Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry. Du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich hab Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater dein Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut, und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist... Schmeckt toll! Guter Teebel! Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand umgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte zwar hindern, er hört nicht auf mich. Aber er hat's mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahl ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss. Und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst geh ich. Würd ich nicht. Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen! Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater. Aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Das ist es! Genau! Hey, Wilhelm, mir ist gerade was ganz Tolles eingefallen. Warum kopieren wir nicht was ganz Übles und häng es dann in allen Büros auf? Ach, und was? Ist ziemlich krass. Gute Idee! Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Ich bin der Boss und der Boss darf immer als Erster. Ach, richtig! Du weißt es am besten, Wilhelm Best. Ja! 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 Ja!